Immer verdammt weit weg von ihren Gegenspielern. Der eingewechselte Tesche spaziert da ganz gemütlich in den Bremer Strafraum. Werder's Abwehr übertöpelt, Wichniarek sagt Danke, auch er trifft wie Rosenberg doppelt. 2 zu 2, 82. Minute. Werder Bremen bleibt sich treu. Genau wie in der letzten Saison vermasseln sie sich vieles mit schlampigem Abwehrverhalten.